und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge dead by daylight mit dem rené wie ja schon gehört habe als gast und ja ich habe angst weil ich angst vor dem doktor habe und du kannst ihn irgendwie schöne erklären als ich habe mich da immer angestellt was seine fähigkeit erklären zu können weil ich die ehrlich gesagt nicht ganz verstehe weil er den behandlungsmodus und den bestrafungsmodus hat richtig der behandlungsmodus ist eigentlich nur dazu da die den status der überlebenden hoch zu leveln es gibt drei stufen von wahnsinn auf fuck erst mal ich muss kurz abbrechen erst bei mir wer ist der killer der trapper war trapper okay habe ich nicht gesehen habe ich nicht gesehen man ja er hat den anderen ja gott sei dank na jedenfalls gibt es drei stufen von wahnsinn er kann da in den wir behandlungsmodus umspringen und hat er wie so eine elektroaura um sich rum kann er noch so ein statikfeld platzieren wo dann dieser wahnsinn schneller nach oben getrieben wird und der wahnsinn verursacht halluzinationen und reihe die nicht kontrolliert werden können von den überlebenden hat haben wir mal ein pro hier was heißt er kann das erklären ja du kannst halt ein video erklären als ich ach so besser lame ja und die oh fuck holst du die darunter ich kann gerade nicht der ist bei mir hier ich überlege ob ich durchziehen ob ich durchziehen soll mein generator ist gleich fertig ich habe aber gleich zu mir kommen ich habe erst hälfte ich brauche noch ein bisschen und ich bin auch sehr weit weg von dem jetzt kann man ein skillcheck und er ist bei mir erst bei mir wo ist sie sie ist sie ist gerettet worden nicht von mir er geht wieder weg er springt wieder zum haken logischerweise das ist fertig ja ich mache den am keller der ist sehr risky darum mache ich den am anfang oder hinten fuck es ist die gleiche wieder die war aber noch nicht auf hälfte glaube nicht komm du scheiß generator jetzt geh an dankeschön da bist du in ziemlich in der nähe ich finde irgendwie keine generatoren das macmillan hat doch nicht so viel ne ja ich finde es halt irgendwie gerade war doch nur sieben generatoren glaube ich alle anderen maps haben acht hatte deine falle platziert ich habe es nicht gesehen ich bin ich bin direkt neben ihr aber der trapper ist da noch er steht da ja da habe ich jetzt nicht aufgepasst da habe ich jetzt nicht aufgepasst er hat mich gehittet ich bin in die andere richtung weg ich bin in die andere richtung weg bist du der der gerade arbeitet am generatoren ja dann heil mich mal bitte ja klar dich zuerst heilen was macht denn dich so wichtig ja oder kommt er kommt in unsere richtung er ist weg aber warte da kommt er links bist du noch in der nähe ja ich bin ich bin nach hinten abgehauen aber er ist hier ja bin auf der generatorenseite immer noch er ist immer noch hier siehst du mich? ich seh dich nicht aber er steht direkt vor mir jetzt macht er die palette kaputt jetzt muss ich laufen achso dann bist das gar nicht du fuck ich bin dauernd ich steh direkt vor dem haken oh man gerade wäre mein sprintboost wieder aufgeladen gewesen ist so ärgerlich kommt er in eure richtung er hat dich gesehen oh er geht wieder auf mich du dumme ne ich sag's jetzt mal darfst du ruhig sagen nein das richtet mich schon wieder auf ne die andere kriegt er wieder nicht einer kommt zu dir ich bin ich bin in den ähm LP folgen aber auch nicht immer so geil also ich sterbe meistens als erster tatsächlich lass dich halt healen von denen die sind da alle zwei ja der trapper ist aber auf dem weg ja der ach lass doch dich schnell healen was meinst du wie schnell das geht die anderen sind weggerannt ja die sind hinter dir ja der trapper ist hinter mir hi oh hast du Glück hast du Glück das war alles Lack äh Lack Moment Moment ne das war alles Skill ich habe ihm die Palette auf dem Fuß gedonnert aber nein nein da mach ich nix ey ah wo soll ich denn hin naja er lässt mich liegen echt jetzt ja er hat eine Falle geholt oder eine platziert glaube ich nein nein Mama nein da fällt er und da kommt einer zu dir ich bin lieb ich lieg direkt wieder neben am Haken ne heb mich auf heb mich auf er kommt in meine Richtung oh ich muss jetzt schon kämpfen nein Mama oh warum hilft mir der andere nicht oh Mama oh ah die die habe ich nicht gesehen die habe ich nicht gesehen ich habe die Bärenfalle nicht gesehen da ist ein Haken ah kacke oh der haut uns grad voll weg ne oh ich muss kämpfen das ist der legt ne Bärenfalle glaube ich jetzt neben mich oder so ne doch rechts von mir liegt ne Bärenfalle echt jetzt ah fuck it rechts von mir nicht vor mir rechts von mir oh nein der zieht mich ja das ist gut weil die andere ist nämlich hier es gibt's nicht ne wie der mich immer sieht bist du immer noch da hinten ja er ist hinter mir her jetzt ja jetzt bin ich tot fuck oh man ist er noch bei dir ja er hebt mich jetzt auf und hängt mich an den Haken da ich schon am fighten war bin ich tot brauche ich mich gar nicht wehren ach ist ärgerlich wie immer sehr ärgerlich oh man ich schleppe immer als Erster irgendwie das nervt mich bisschen obwohl ich auch immer probiere allen Leuten zu helfen aber ich schleppe immer als Erster ah dann können wir wenigstens in dem Brot zugucken hier ach laber doch keine Scheiße die Perks zum Killer angucken äh schaltepotenzial der eigenen Aura Lesefähigkeit frei zeigt die Auren von sterbenden Überlebenden an auch darum hat er mich gefunden ok meinst du mich interessiert das dass du jetzt eine Falle hingelegt hast du dummer Eumel ja der hört es doch ähm wenn du dir entschärfst ne ja deswegen lass ich's lieber mach ganz sneaky beaky den Generator renn doch die macht die Falle die macht die Falle obwohl jetzt der Generator eh gemacht wird alter wie viele Punkte du schon in der Kategorie Ziele hast ey leck mich im Arsch welch ein geiler Mofo bin ich sag dir du bist ein Pro die eine wird grad verfolgt mach den Generator aber der ist hier ach quatsch wird ja alle vier Perks haben ne da können wir mich so drüber aufregen ja nix besonders ja doch Level 25 ist schon aber das war knappe Sache war alles predicted mach halt weiter Digga oh das war oh mann das war nicht klug sie sie war zu langsam ah ne nicht dein Ernst oder ja ja helf mir halt bitte der interessiert sich nicht für dich helf mir halt jetzt wird er wahrscheinlich in eure Richtung kommen ach der ist tot ja ja der ist direkt tot der hing auch schon ungefähr so oft wie ich ist echt ein Witz ey hoffentlich sterbt ihr soll ich soll ich mit dem Killer über Steam schreiben wo ihr seid oh René oh das war zu langsam ja ja nicht rennen der sieht dich oh der hat nur angetäuscht ja der hat nur angetäuscht oh Ficker ey du Ficker du Ficker oh das war aber nicht schlecht oh ich hab ihn noch gesehen mit der Falle hinan und denk mir nein nein Mama nein das war nicht das war nicht schlecht das war gut das war nicht schlecht hat der Killer dich getrickst hat er gut oh 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 aber das schaffst du noch oh 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 doch ja nein das gibt's nicht boah das war ein Millimeter das ist auch direkt tot nein du hingst auch schon so oft wie ich ja ich war schon am kämpfen okay aber der hat ey alter wie gut der Typ ist der hat schon 19.000 Punkte gemacht krasser Typ ey weiß die wo die Luke ist oder warum rennt die da so rum wie ein wie nein die hat ne Karte ne ja ah da ist doch die Luke gewesen oder auf der anderen Seite warte ja man hört's ja auch ja auf der anderen Seite ist er nämlich erstmal noch Punkte snacken ja easy ja learn to play 22.000 Punkte hat die mal gemacht ok krasser Shit ja läuft bei ihr ja vielen Dank fürs Zusehen für diese naja nicht so ertragreiche Folge haut rein und bis zum nächsten Mal wie GG am Arsch war das GG GG easy easy sagt der der tot ist also Servus